Herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier bei Just Cause 4. Ich hab gerade eben 50.000 Stunden aufgenommen. Eigentlich ja nur 40 Minuten. Und was ist dabei rausgekommen? Nichts. Ich habe gemerkt, ich kann mit dem Wingsuit, mit diesen, ähm, äh, Aktionen, gell, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese, diese Mission, diese Wingsuit-Mission, mit dieser einen drüben. Mit der kann ich überhaupt nicht umgehen. Mit der da am Berg. 40 Minuten. Ich hing da jetzt 40 Minuten dran. Und ich wollte nicht zwei Folgen bringen. Oder eine Folge mit 40 Minuten, wo ich die ganze Zeit versuche, dieses blöde Ding zu machen. Daher, ich lasse es einfach. Ich mache jetzt was anderes. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wer es sofort auf den ersten, äh, mit dem ersten Versuch hinbekommen hat. Weil ich bin nicht derjenige. Ich bekomme es nicht beim ersten Versuch hin. Ich habe wirklich 40 Minuten dafür jetzt verschwendet. Und es hat einfach nicht funktioniert. So. Jetzt aber, jetzt schauen wir mal nach einer anderen Mission. Weil ich wollte die Folge, ich hätte es natürlich bringen können, gell. Ich hätte es natürlich ganz klar bringen können. Aber ich will halt auch die Folge so ein bisschen in den Inhalt bringen. Und nicht 40 Minuten an einer Mission hängen, die man sowieso niemals im Leben schaffen könnte. Das wäre ein bisschen traurig, oder? Weißt du was? Probier mal doch einfach die Mission aus. Vielleicht ist die ja genauso schwierig. Keine Ahnung. Wer weiß. Von wo aus muss er anfangen zu fliegen? Wahrscheinlich von irgendeinem Berg, oder? Hä? Die ist ja noch blöder. Schau mal. Ach so, geht es da weiter? Ne, da geht es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja noch schrecklicher. Das ist ja noch schlimmer als die andere. Egal, mal schauen, ob wir es hinbekommen. Wahrscheinlich nicht, aber ich will es trotzdem mal probieren. Na komm schon. Klar. Hier ist doch das Ziel, oder? Ja, ja. Da räusper das ich. Da muss ich mich auch gerade mal räuspern. Das geht aber gar nicht, weil ich hier so einen Tag hinlege, gell? Das ist ja traurig. Das ist einfach nur echt traurig. Ich. Das hat wehgetan. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. So. Okay, alles klar. Ich probiere es noch mit einem Versuch. Noch ein Versuch. Maximal zwei Versuche. Wenn wir es nicht hinbekommen, werde ich niemals mehr im Leben in diesem Spiel oder in irgendeinem anderen Spiel mit irgendwelchen Wingsuit-Aktionen rumspielen, weil ich es einfach nicht kann. Ich habe es einfach nicht drauf. Es geht einfach nicht. Da, schon wieder. Schon wieder. Hilfe. Oh Gott. Oh, die Rolle habe ich noch nie gesehen. Ein sportlicher Athlete. Athlete. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Das macht mich gerade so deprimiert runter, dass ich gleich mal meine Stimme hier verliere. Okay, jetzt müssen wir noch mal kurz durchatmen. So. Wir probieren es noch mal. Ein letzter Versuch. Wenn ich es wirklich bis dahin nicht hinbekomme, machen wir noch einen Versuch. Machen wir noch einen Versuch. Die Folge, ich kann es euch jetzt schon mal sagen, die Folge geht drei... Quadriaten Jahre lang, bis mal dieses... Blö... Da wollen wir es nicht gerade gerade... Entschuldigung, dass ich dem gerade von Katzen abgehalten habe. Aber wir werden es jetzt so lange probieren, bis wir das gefälligst auf die Reihe bekommen. Hast du in die Kamera gezwinkert? Du frecher Bengel! Wir haben es geschafft. Einfach geschafft. Wir haben es geschafft. Ja gut. Ich habe es dir drüben gezeigt. Ich habe es allen gezeigt. Ich habe es dir im Spiel gezeigt. Ich habe es drauf. Hä? War der hier oben befestigter Bügelhagen? Der Kleiderhagen? Oder... Schau mal. Was bombt denn hier die ganze Zeit? Die ganze Zeit? Die ganze Karte ist verbombt. Wenn wir mit dem Spiel fertig sind, dann gibt es eigentlich gar keine Karte mehr. Dann gibt es gar kein Land. Es ist einfach weggebombt worden. Sollen wir schauen. Das hier haben wir erledigt. Das hier kann man nicht... Oder? Na doch, probieren wir mal, oder? Motorradstunt. Danach schauen wir mal, wo die Hauptmission ist, falls es wieder eine Hauptmission gibt. Aber ich glaube schon, das sind jetzt so kleine Nebenmissionen, so kleine Spielereien. und... Und... Ja, also... Was steht denn da? Ich gelange durch den Ring mit Brisa Vivica Motorrad. Bestimmt damit. Ja, klar. Ja, ja. Damit kommen wir ganz sicher durch. So, einmal positionieren. 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 Ich weiß nicht. Fühlt sich schwer an, der Bagger. Fühlt sich nicht nur schwer an, ist eine wunderschöne Straßensperre. Okay. Gut. Schau mal. Seid mal leise. Ich mache hier eine Folge. Gibt es hier irgendwo ein Motorrad? Egal, ich mache mit. So, habe mitgemacht. Ich fahre am lautesten. Ah, schön. Aber gibt es hier echt kein Motorrad? Verloben ist ein Jet. Gibt es hier echt kein Motorrad? Hier muss es doch bestimmt eins geben. Also irgendwo muss es doch eins geben. Na ja, also. Explodieren die doch? Aber gibt es hier echt kein Motorrad? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist ja alles zerstört. Die ganze Karte sieht danach aus, als ob sie zusammengebombt wurde. Was eigentlich auch passiert ist, aber... Habe ich letztes Mal nicht gesehen. Gab es da kein Motorrad? Da stand doch noch mal eins. Macht weiter so, Leute. Ja, ja. Schön. Weiterbau. Hier müsste doch eigentlich eins stehen. Theoretisch. Praktisch sieht es natürlich ganz anders aus. Aber theoretisch. Ich habe echt gedacht, hier stand letztes Mal noch ein Motorrad. Kann auch sein, dass sie es schon weggebombt haben. Weiß ich nicht. Ha. Oder es stand hier. Kann man brennen? Ne, okay. Dann müssen wir mal schauen, wie wir ein Motorrad herbekommen. Vor allem, wo bekommen wir jetzt so auf die schnelle Motorrad her? Da drüben müsste ja eigentlich die Straße besser sein. So, hier drüben soll eigentlich der Verkehr wieder frei sein. Da ist ja Brücke, oder? Weiß ich nicht. Ja, hier ist er wieder frei. Oh, da war gerade ein Motorrad. Können Sie mir weiterhelfen? Hallo? Ich suche ein Motorrad. Hallo? Ich suche ein Motorrad. Ich habe eins verloren. Da ist eins. Da ist eins. So, ich bin... Keine Ahnung, ob das hier das Richtige ist. Sehen wir einfach gleich. Wir probieren es damit aus. Hier muss man auch mit irgendeinem Motorrad da entlang springen. Keine Ahnung. Oh, es war knapp. Hallo, Freunde! Oh Gott. Oh Gott! Hallo, Freunde! Ich spiel zurück! Mit dem heißen Schlitten. Das explodiert doch bestimmt, oder? Nein! Nichts Abfahrt! Stopp! Fahr mir nicht davon! Ganz sachte. Ganz sachte. Ich brauch's noch. Ja, komm, komm her. Toll. Ich ziehe gerade die Dachländer weg. Kann man das nicht irgendwie da... Wow. Jetzt, oder? Nein. Ich glaub, bis wir da fertig sind, ist das Motorrad kaputt. Jetzt aber. Wenn wir Glück haben, explodiert's nicht. Oh mein Gott! Wie soll man denn da hinkommen? Es explodiert hundertprozentig. Oh, das ist aber ein starkes Motorrad. Hei, hei, hei! Na komm, X! Wir müssen wir einfach nur durchfahren. Ähm. Wer ist mich verarscht? Woher soll man denn wissen, was jetzt das richtige Fahrzeug ist? Das steht... Moment. Wir haben doch diesen Scanblick. Das Spiel will mich doch verarschen. Ich hab gedacht, das wäre irgendein Auto. Äh, 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 ich mein Motorrad. Hoffentlich explodiert's. Nee. Die sind echt stark. So leicht gibt das nicht auf. Egal. Dann holen wir kurz mal das Richtige. Ah, ich hab's doch so ein bisschen mehr in der Tastensteuerung, gell? Ich drücke hier nur wieder irgendwelche Tasten, weil ich in der Panik bin. Oh, gleich schluss mal ab. Gleich passiert was. Achtung, Achtung! Irgendwelche Tasten drücken. Okay. Okay. Moment. Naja. So. Stopp. Die sind verhaftet. Ja. Fährt erstmal rückwärts. So, mal schauen, was brauchen wir denn? Nein. Oh, das hier, oder? Nein. Prisma. Nein, brauchen wir nicht. Ist das hier das Richtige? Nein. Dieses, äh, wir brauchen dieses, äh, für Pizza. Das sind alles nicht die richtigen Motore, ja. Fläche hier. Nein. Fläche hier. Nein. Ja, hallo. Keine Ahnung. Schau mal. Ist die jetzt ein Roboter, oder höre ich da schlecht? Ah. Okay, da kann man sogar... Ja gut, dann können wir doch die eine Auto... äh, Sache doch machen, gell? Ähm. Ja gut. Kann man hier auch die... Moment, Moment, Moment. Was? Was für ein Manager? Ich hab doch gar keinen. Moment. Ist das das Richtige? Einhalten. Mal los. Immer wenn er noch rausgeht. Ist irgend so ein Radiosender von den Einheimischen aktiviert, gell? Was die wohl für... Was die nur für Radiosender haben? Vor allem so ein Motorrad. So was kriegt man doch nie wieder her. Egal. Weißt du, was wir machen? Wir suchen noch mal nach. Wir suchen mal nach einer anderen Question. Ähm. Egal, wir machen das, oder? Wir machen mal das. Wir machen die Hauptmission. Die kleinen Nebenmissionen können wir dann irgendwann mal machen. Ich hab jetzt keine Lust mehr. schon wieder 14 Minuten für irgendwas hier versemmelt. Was sowieso nicht funktioniert. Was wir sowieso nicht hinbekommen. Eines daran hinbekommen. Genau das. Knapp vorm Sterben. Ob wir das hier schaffen? Oh Gott, wo geht's denn da hinten hin? Das schaffen wir doch niemals im Leben. Da kommen wir niemals rüber. Mit diesem Wingshut hier. Knappe Sache. Sicherheit geht vor. Ha, man muss aber echt sagen, die Karte ist echt schön gestaltet. Da die Jute ist, man hat ja jetzt nicht mehr solche großen drei Inseln und zu viel Wasser. Finde ich extrem gut. Somit hat man noch mal mehr Landfläche, was einen Nachteil hat. Einen sehr großen Nachteil. Diese Landfläche muss man verteidigen. Diese ganze Landfläche gehört ja den anderen, sozusagen. Der schwarzen Hand. Und diese ganze Landfläche muss man befreien. Davor gab's ja auf diesem Wasser, äh, von den drei Inseln, im dritten Teil, ähm, da gab's ja Bohrinseln. Keine Ahnung, ob's Bohrinseln immer noch gibt. Aber, naja, da war's teilweise doch mal ein bisschen einfacher. Da kann man, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schneller durchs Spiel, gell? weil... Sag mal... Weiche entdeckt, die als Unerziehungszentren bezeichnet sind. Ich markiere sie für dich. Das ist ein Anfang. Ich bringe sie zum Eingang der Einrichtung. Haltet euch bereit, sie abzuholen. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Hä, ich bin doch da. Ich bin halt zu schnell für euch. Klar, zu schnell für euch, zu schnell für mich selber. Hä? Achso. Achtung. Gleich kommt nochmal die große Schau. Ich muss kurz husten. Moment. Klar. In dem Moment, wo es explodiert, muss er sich nochmal richtig positionieren, weil er sonst abrutschen kann. Der feine Herr. Sonst rutscht er ab. Haben wir hier eigentlich irgendein Fahrzeug? Wir könnten doch versuchen, einfach mit dem Boot anzugreifen. Aber da kommen wir nicht rein. Also rein schon, aber egal. Mal schauen. Stimmt. Und ich weiß immer noch nicht, wie man sneakt. Falls man hier überhaupt sneaken kann. Warum leuchtet es hier eigentlich? Das ist eine große Tür. Es sollte eine Steuerungstafel geben, die du benutzen kannst. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Toll. Wow. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Keine Ahnung. Hä? Ja, aber wo leuchtet es? Wo hat es gerade geleuchtet? Hier leuchtet es doch irgendwo, oder? Ach nee, wir sind schon da. Ne, hier unten. Ich bin gar nicht da. Oh. Das klingt irgendwie zu schnell, gell? Keiner. Ja, komm. Komm mit. Da oben ist er. Da kommt. Ah, Mann. So. Waffen, ja gut. Munition haben wir noch. Keine Ahnung, was ist denn los? Hier muss man eher mehr auf die, äh, mit, mit Crew hier interagieren, gell? Dах! Oh! Das war's für heute.